Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper und ihr kennt mich und diesem Kanal hier eigentlich als einen Spielekanal, wo ich mehr schlecht als recht auf eine mehr oder weniger lustige Art und Weise euch Games nahe bringe. Diesmal geht es aber um das Higgs-Bosen-Partikel. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, in CERN ist riesen Geschrei ausgebrochen. Die haben höchstwahrscheinlich bewiesen, dass es dieses Higgs-Bosen-Partikel gibt und somit die gesamte Physik nicht revolutioniert, nicht verändert, sondern bestätigt. Und da ihr wahrscheinlich davon hören werdet, ihr werdet es wahrscheinlich auch in der Schule machen oder einfach mit euren Freunden darüber reden wollen, wollte ich euch mal ganz kurz erklären, was es überhaupt ist. Nicht in irgendwelchen wissenschaftlichen Ausdrücken, sondern so banal, wie es nur geht. Ich selbst werde es wahrscheinlich nicht hundertprozentig wissenschaftlich exakt euch erklären können, weil ich nur zwei Semester Physik studiert habe im Rahmen meines Maschinenbaustudiums. Deswegen, na, ist egal, ich habe immerhin so einige Grundzüge. Was ist das Higgs-Bosen-Partikel? Wieso ist das so interessant? Das könnte vielleicht für euch ganz wichtig sein, deswegen hört einfach mal zu. Am Anfang hat man sich gewundert, wieso gibt es überhaupt Masse? Was sind überhaupt Planeten? Wieso existieren sie? Falls man sich mal anguckt, wie wir uns eine Modellvorstellung aufgebaut haben von Entstehung des Universums, dann ist das so, dass es am Anfang einen Urknall gab und sämtliche Teilchen, sämtliche Partikel sind einfach in alle Richtungen versteuert gewesen. Wir haben sich jetzt aber einige Partikel zu Planeten, zu Sternen, zu Dimensionen zusammengefunden, die bis zu Millionen mal größer sind als unsere Sonne. Das kann sich keine Sau vorstellen, aber diese riesigen Körper existieren tatsächlich da draußen. Es gibt riesige Sterne. Unsere Sonne ist ja ein Stern, die viele, viele Male größer sind als unser ganzes Sonnensystem wahrscheinlich. Die gibt es. Wie haben sich diese Teilchen zusammengefunden? Ist ja nicht einfach so, dass da ein treffender, anonymer Partikel war, oder? Also, muss ja irgendwas passiert sein und die Leute konnten nie herausfinden, was. Wir hatten Theorien und eine der Theorien war zum Beispiel, dass es ein Teilchen gibt, nämlich dieses Higgs-Boson-Partikel, das auf Masse ein Feld ausgeübt hat, was so immens war, dass die ganzen Partikel und ganzen Teilchen halt sich zusammengefunden haben. Die Theorie von einem Higgs-Boson-Partikel wäre deswegen so interessant, weil es bestätigen würde, dass sich Masse zusammenschließen kann, ohne das Eingreifen von einem göttlichen Wesen. Ich möchte an dieser Stelle nicht sagen, dass es nicht Gott gibt oder sonstiges, aber wir mussten uns immer das Ganze so vorstellen nach dem Motto, so, bis hierhin wissen wir, wie es geht, jetzt passiert ein Wunder und jetzt wissen wir, wie es weitergeht. Und dieses jetzt passiert ein Wunder wurde jetzt endlich aufgeklärt und jetzt wissen wir höchstwahrscheinlich, dass es das Higgs-Boson-Partikel ist. Im Endeffekt wusste man nie, wieso sich Masse nicht synchron bildet, denn falls wir unser sichtbares Universum in zwei Hälften teilen würden, wäre auf der linken Seite nicht genauso viel Masse wie auf der rechten, was Planeten und Sterne und so weiter angeht. Das heißt, es musste zufällig verteilt sein, es musste zu irgendwas kommen, dass Planeten sich bilden und das ist es. Ihr müsst euch das Higgs-Boson-Partikel so vorstellen wie eine Party, wo so viele Kerle sind. Das war zum Beispiel der Zustand des Universums, bevor die ersten Masse-Teilchen sich zusammengefunden haben und dann kamen zwei, drei richtig gut aussehende Frauen. Was passiert, wenn zwei, drei richtig gut aussehende Frauen zu einer Männerparty kommen? Es bildet sich sofort ein Riesenkreis um die herum und die ziehen sämtliche Kerle magisch an. Das ist das Higgs-Boson-Partikel. Es ist im Endeffekt eine Frau. Das würde erklären, warum sie sich 40 Jahre angeziert hat und wir so viele Kopfschmerzen mit ihr hatten. Ja, was eine Analogie. An dieser Stelle also, vielleicht war es ganz hilfreich, einfach mal zu wissen, was das ist. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, also die gesamte wissenschaftliche Welt ist sich nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich bestätigt wurde. Ihr werdet wahrscheinlich in den Nachrichten ziemlich oft den Begriff 5 Sigma hören. Das ist einfach nur ein Wert für die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Entdeckung jetzt bestätigt wurde oder nicht. Denn man hat mehrere Zehntausend, ja okay gut, nicht mehrere, das ist Tausend Jahre, man hat mehrere Dutzend Jahre versucht, diese Higgs-Boson-Partikel zu beweisen, sie nachzuweisen. Und man hat das gemacht, indem man bei CERN, also CERN, dieser riesige Teilchenbeschleuniger in der Schweiz, hat man immer wieder Photonen aufeinander geschossen mit fast Lichtgeschwindigkeit und geschaut, welche Teilchen entstehen dabei. Und jetzt hat man angeblich diese Higgs-Boson-Partikel beobachtet. Mit einer Wahrscheinlichkeit von im Augenblick 4,9 Sigma. Sobald man 5 Sigma überschritten hat, wissen wir, dass es sicher so ist. Dieser Wert Sigma ist einfach nur von der Stochastik ein Wert für die Sicherheit von einem Ergebnis. Wie sicher ist eine statistische Aussage? Das heißt also, falls wir bei 5 Sigma angekommen sind, ist es erst ziemlich sicher angesehen. Im Endeffekt ist das Ganze viel, viel komplexer, viel komplizierter. Ich wollte es euch einfach nur kurz erklären, damit ihr wisst, worum es überhaupt geht. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr lest euch das durch. Focus Online bietet da sehr interessante Sachen. Spiegel Online, also hier sämtliche von Stern, die sämtliche richtig gute, richtig geile Artikel. Lest es euch durch, informiert euch und bildet euch. Es ist sehr, sehr wichtig. Denn es verändert die Physik nicht unbedingt aufgrund auf, sondern es bestätigt. Was wir seit Jahrhunderten als Theorie annehmen, hat es endlich bestätigt. Ihr müsst euch so vorstellen, ihr habt einen Masterplan, der seit 400, 500 Jahren existiert. Und endlich ist der sozusagen von Grund auf bestätigt worden, dass es tatsächlich klappen kann. Das ist so, als würde nach einem extrem harbenden Arbeitstag einer zu euch kommen, die Schulter klopfen und sagen, hast du gut gemacht. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Lest es euch durch. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao, ciao. Ciao.